Werde verkrommt, während du ein Fahrzeug fährst. Macht das am besten in Gruppenkeile, je nach Zone sucht euch dann eine Stadt aus, wo ihr ein Fahrzeug findet. In diesem Fall zum Beispiel bei Chrome Crossroad. Fahrt dann Richtung Sanctuary. Hier bei Sanctuary habt ihr ja dauerhaft den Chrome Tornado. Fahrt ganz einfach in den Chrome Tornado rein und schon habt ihr die Aufgabe erledigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017